Eigentlich wollte Michael nur ein paar Tage in den Alpen wandern. Aber einen Moment lang war er unaufmerksam. Und da ist es passiert. Eine komplizierte Mehrfachfraktur des Sprunggelenks. Da hilft kein einfacher Gips. Da sind mehrere Operationen nötig. Michaels Bein wird zwar wieder völlig wiederhergestellt werden, aber erst nach ein paar Monaten. So lange kann er nicht arbeiten. Michael ist erschrocken. Heikes Verdienst reicht nicht für die Familie aus. Also muss auch er Geld verdienen. Aber Michael kann ganz ruhig bleiben. Seine Krankheit ist zwar unangenehm, aber keine finanzielle Katastrophe. In den ersten sechs Wochen zahlt ihm sein Arbeitgeber, also die Zeitung, bei der er festangestellt ist, sein Gehalt weiter. So, als ob er nicht krank wäre. Nun kann es bei seiner Erkrankung ja sein, dass er länger krank ist. In diesem Fall springt dann seine Krankenkasse, die BIC, ein. Von der bekommt er ab dem 43. Tag Krankengeld. Das ist etwas weniger als sein Gehalt. 70 Prozent von seinem letzten Bruttoeinkommen, maximal 90 Prozent vom letzten Nettogehalt, abzüglich der Beiträge für Renten, Arbeitslosen und Pflegeversicherung. Um das Geld ausgezahlt zu bekommen, muss Michael die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die er vom Arzt bekommen hat, an die BIC senden. Per Fax, E-Mail oder Post. Darauf bescheinigt Michaels Arzt die Arbeitsunfähigkeit während der Entgeltfortzahlung und während des Krankengeldbezuges. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Nachweise über die Arbeitsunfähigkeit lückenlos sind und fristgerecht eingereicht werden. Reisepläne sollte er vorab mit seiner Kasse absprechen, aber Michael ist in seinem Zustand ohnehin nicht nach Reisen zumute. Außerdem muss er ärztliche Empfehlungen und Anordnungen einhalten. Für Michael eine Selbstverständlichkeit, denn er will ja wieder schnell gesund werden. Und damit er sich genau darauf konzentrieren kann und wieder gesund wird, gibt es das Krankengeld.